Richtig viel Geld. Also wer genüßt hat, sich die Wette des Aktuellen Tore anzuschauen, Vater Wüsten ist natürlich auch dabei. Wird einer der deutschen Tore sein, die dort auftreten. Noch einmal am Pfingsten von 14 Uhr im Rahmen des Internationalen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020